Ja, herzlich willkommen im Spiel All Wall Must Fallen. Ähm, das ist noch eine Alpha. Ich könnte euch jetzt auch die Kampagne zeigen, aber das habe ich gerade aufgenommen. Und ich fand, das war ein bisschen viel Tags. Ich mach mal kurz ein bisschen die Musik, ein bisschen leiser. Und deswegen werde ich jetzt mal lieber den Challenge Modus spielen. So. Ja, ähm, das Spiel ist so aufgebaut, die Challenge Modus ist natürlich eigentlich fast wie in der Story. Außer es in der Story ein bisschen mehr Gerede ist. Wir befinden uns wohl hier in Russland. Und wir können die Figur bewegen. Und auch die Zeit zurückspielen. Spulen, meine ich. So, das ist auch eigentlich die Anfangsmap. Wir haben auch schon eine Kampfdrohne. Soweit wir in dieses Feld kommen, sieht die uns. So. So. Ich werde jetzt auch mal mit einer in Konfrontation geraten. Das kann ich nämlich auf die Schießen. So. Ich kann mir jetzt ausruhen, wo ich schon mal hinrenne. So. 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 Spitzschwimmen, okay. Shot. Und nochmal Shot. Oh, da umkommt schon wieder einer. Soll ich mal nachladen? Ja, warum geht der nicht? Hab ich keine Muni mehr, oder was? Ja, das ist die. Ich bin tot. Ja, und normal wird das dann so aufgenommen, so in Action. Side-loop mäßige Power. Das war jetzt allerdings mal wieder ein totaler Fehlschlag von mir. Auszeit. Hast du ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt? Rush? Rausch? Hm. Sehr seltsam. Okay, ähm... Ja gut, Freunde haben das noch nicht. Ähm... Kommt ja auch noch erst raus. Das kann ich jetzt nicht normal starten. Das ist doch gut. Ja, wahrscheinlich einmal am Tag, oder was? Ähm... Ja, hier ist einfach gelaufen und gerede. Ähm... Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr da mehr sehen wollt. Oder auch nicht. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. WP-